hallo leute und willkommen zurück im exchange ksp ja ich bin jetzt hier ziemlich schnell hier eingegangen in dieses save file und habe keine ahnung was wir gemacht haben aber wie ich sehe haben wir zwei millionen fans 314 zeiten erstmal hier gucken was haben wir denn so erforscht nicht seit dem letzten mal wie ich sehe ich hoffe ja ich hoffe einfach er hört nicht wie neben meinem haus gerade bauarbeiten ausgeführt werden spekulieren wir einfach mal darauf dass es nicht hört und die haben jetzt neue solarzellen erst mal gucken was denn so passiert ist ist denn überhaupt unser ifländer gelandet ist mal jetzt so fragwürdig sage ich das jetzt auf jeden fall ist hier duna beschwört jetzt im handel ok wir haben einen duna beschwerer und einen eikländer der schon auf eik gelandet ist okay ich nehme uns wieder mit obs auf das hat mir ziemlich gut gefallen das letzte mal bei meiner season 2 folge und duna sieht echt geil aus okay gucken wir uns den mal an den eikländer ich rate einfach mal es war von laguna mal gucken ob ich richtig geraten habe denn beim anderen steht ja irgendwas komisches noch drin oh nein dieses triebwerk okay damit kommen wir aber nicht wieder zurück das ist ihm schon klar ist es normal ja oder dieser fuel tank hier ist ziemlich zerkratzt ähm wir hatten atomtriebwerke aber die hat er womöglich nicht benutzt wie ich hier jetzt gerade sehe aber auch egal na sonst ist ja relativ wenig dran eigentlich ähm ja den werde ich jetzt natürlich nicht versuchen zurückzufliegen das wäre lebensmüter denn wir schaffen das nie im leben ich hoffe jetzt einfach mal dass der ton stimmt denn ich habe mir jetzt leicht lauter gedreht vom spiel das werden wir jetzt gleich sehen denn dann kann ich den ausstellen hier in ksb selbst besser gesagt leiter stellen ich weiß jetzt wirklich nicht was wir so machen sollen also den duna ding will ich jetzt mal nicht weiter fliegen denn wenn laguna da jetzt weiter geflogen ist dann müsste duna in einer ziemlich schlechten position gerade stehen wer hätte es gedacht duna steht da der ifländer ist gelandet bei live to play genau ja ich baue den ifländer und er setzt seinen namen dahinter dann hat trotzdem jeder was ja was denn das location agency was muss man denn da machen jetzt mal gucken wir haben noch keine jet triebwerke die 314 science kann man aber finden oh gott lag warum lagts hier jetzt gehts wieder keine ahnung äh die 300 science die können wir ja für irgendwas hier ausgeben ich persönlich wäre natürlich für die jet triebwerke denn ähm damit kann man sehr gut science farmen und wir brauchen sowieso ja landebeine mal gucken ist unnötig ähm haben wir hier schon ein paar flügel hier hätten wir noch ein paar mehr flügel hier hätte man natürlich den kommando pod ich höre gerade meine grafikkarte läuft wieder amok ähm habe ich überhaupt die lüftung an ja ziemlich gut ich habe keine ahnung was jetzt hier machen soll bauen wir einfach mal part 1 unserer metten metten was ist denn das für ein wort bitte was ist denn bitte eine mette ich kenne motto aber keine mette okay wir bauen jetzt eine station und das hier wird nicht der kern sein das wird der station äh das kann sein denn ich habe vor aufgepasst space dog 1 zu bauen ähm ich habe keine ahnung ich kenne den namen irgendwo her ich weiß nicht ob es auf star trek war ich habe auf jeden fall diesen namen schon mal gehört und den würde ich jetzt nachbauen also nicht die station selber sondern eine dicke fette fucking station okay ähm ich denke es wäre relativ gut wenn wir große docking ports nehmen es wäre auch relativ gut wenn wir hier an den seiten so was machen das werden wir natürlich gleich feststellen hier ähm wir haben ja nur diese normalen docking ports das ist mir relativ bewusst deswegen bauen wir auch einen docking adapter und der sieht wie folgt aus wir bauen hier so ein docking port dran jetzt müssen wir aber ja hier an den seiten noch was dran kriegen das geht ganz einfach indem wir hier vier dran hacken die hier drauf machen und dann mit dem offset tool den hier so weit runter setzen dass er passt jetzt will ich eigentlich die dpi von meiner maus runter stellen aber einsa sollen wir fünf docking ports nehmen ist das sinnvoll fünf docking ports zu nehmen ich glaube vier reichen auch schon ähm gut fünf wäre natürlich noch stabiler dann werde ich das jetzt erstmal als sub assembly speichern und zwar nennen wir das jetzt den s1 docking port und jetzt rausnehmen hier können wir den hier nicht dran klatschen so okay erstmal hier weg denn was brauchen wir noch hier dran wir bräuchten batterien batterien war mal denn hier batterien hier wäre gut glaube ich wenn wir die batterien hier dran setzen fallschirme braucht eine space station nicht aber nette lichter und zwar würde ich hier gerne so die lichte ausrichten und dann alle auf rot oder mal mal hier blau es zieht bestimmt so viel energie aber egal wir bräuchten noch ein paar solarzellen aber wirklich bloß ein paar und zwar hier vielleicht so viel und dann bräuchten wir noch eine stage die das die das ding hoch schießt das ist natürlich ein bisschen ein kleines problem denn wir brauchen docking ports hier unten bräuchten wir auch einen docking port das ist jetzt ein kleines problem denn ich kann ja jetzt nicht obwohl ich kann nicht ich kann es doch machen ich tue es einfach so jetzt bräuchten wir welt it aber egal dass wir die lag station hoch 10 das ding muss stabil bleiben das sage ich euch denn an diese station sollen später auch mal fuel tanks dran warum eigentlich erst später er können doch jetzt schon fuel tanks dran machen der cube des jahrhunderts warum packen wir jetzt eigentlich noch keine fuel tanks dran weil ich noch keine 10.000 fuel tanks da jetzt dran klatschen werde das ist doch nicht vierfach guck doch mal unten links hin ich würde jetzt gerne vierfach machen danke so dann können wir hier nämlich noch zwei struts nehmen und die damit verbinden so jetzt haben wir jetzt mal ein paar tanks drauf und wenn das space dock one stech äh core genau das ist jetzt der kern davon den speichern wir jetzt einfach mal und dann jetzt mal gucken wie viel wiegt denn das 16 tonnen äh ist das schwer dann packen wir eigentlich so ein schrott hier dran das ist doch teurer als das hier ich will dran zoomen das ist gut jetzt hängt es da oben drin jetzt hängt es hier unten drin so haben wir es doch geschafft so und dann mal gucken jetzt brauchen wir irgendwas das 16 tonnen hoch schießt das habe ich jetzt mal gespeichert ich würde mal gern wissen was meine mein eve beschwörer wie viel gewicht er gehabt hat denn zumindest mal der obere teil davon das bedeutet bis hier hin 9 tonnen das ding hatte nur 9,9 tonnen okay dann wird das ja die erste trägerrakete die offizielle weil ah nicht ganz okay wir packen jetzt mal mit an und zwar und die kappler hier noch dran so ein tank nein nicht so ein tank so ein tank und diese kleine engine und dann wird das hier die erste trägerrakete jetzt ist die natürlich noch zu schwer ist ja klar aber ich will ja nur die trägerrakete an sich haben die ist zu schwer ich idiot masse egal dann packen wir halt das untere teil da dran jetzt mal gucken ob das geht ähm so das hier ist jetzt unsere wie nennen wir die denn cdo 1 nicht cdu sondern äh c sdo 1 genau äh 15 t lifter ja save ich habe immer so das gefühl wir brauchen wir müssen da ein bisserl an gewicht noch rausnehmen wir können ja eigentlich die tanks leer machen dann haben wir hier drin 8,6 tonnen das ist jetzt natürlich zu viel aber egal äh und zwar mal jetzt genau 138 tonnen von 140 tonnen das passt doch das ding braucht acs nein wie soll man das teil denn bewegen können sas braucht es genau ok wir packen wir sas an wäre glaube ich gut wenn wir hier irgendwo noch sas unterbringen können oh das wiegt kaum was das finde ich ja gut ähm pack ich mal das hier noch weg die struts da dran wie viel haben wir schon 12 minuten nur mit dem bau von diesem drecksteil äh so passt 138,4 tonnen jetzt mal gucken ob das teil überhaupt fliegen kann launch ok ich hoffe jetzt mal dass das teil nicht zusammenkracht hier zumindest nicht die rakete selbst sondern das launchpad weil unser launchpad ist ja jetzt nicht gerade das größte wir brauchen ein größeres launchpad warum habe ich das nicht ausgebaut dann hätte ich auch äh tank noch ein bisschen was mit hochnehmen können egal dieses ding hat zumindest jetzt stabilität ja ist ja klar warm solid fuel 8000 von 10.000 ich habe hier rausgenommen ok dann würde ich mal sagen das packen wir in diese stage rein 3,2,1 das ist ein bisschen laut hier bei KSP links das sehe ich settings spacecraft an sich drehe ich dann jetzt mal ein bisschen runter äh äh ah gut ja es läuft weiter ja ich hoffe mal das es ist immer noch zu laut ich würde jetzt einfach mal sagen kurz settings und wir hauen das alles mal ein bisschen runter ambience hier hin das hier hin exakt jetzt kommt natürlich für euch ein kurzer ja das passt jetzt schon eher egal mal gucken wenn nicht muss ich halt die ganze folge neu aufnehmen aber das mache ich nicht ich bin ja fair und nehme nicht neu auf ok da ist unsere tolle sonne ich werde aber mal später gucken wenn das dann zu äh leise ist dann ja dann mache ich das nächste mal doch wieder lauter ich habe ja zum glück noch die ganzen Einstellungen gespeichert die alten irgendwo die sind ein bisschen zu stark die Rakete können wir schon einkippen ja jetzt muss natürlich dieses Teil das ganze Ding hochschießen das ist natürlich ein bisschen schlecht weil dann tun wir ein bisschen was an Sprit vergeuten wir sind schon ziemlich schnell ich habe sogar kaum Schub drauf aber sonst können wir das Teil halt nicht bewegen zumindest kaum trotz den ganzen SAS Teilen ja hopp und ok weiter geht die Reise da werden die Booster abgesprengt ich werde Stage Recovery installieren bald oh Gott es wobbelt nein also wenn Stage Recovery installiert ist dann können wir zumindest mal die ganzen Booster noch äh recovern wäre denke ich nicht so schlecht da ist die Station auf irgendein Orbit bringen so auf nicht auf meine standardmäßigen 300.000 Meter wie die letzte aber auf jeden Fall auf ja mindestens 300 würde ich jetzt sagen weil 500 ist schon ein bisschen hoch oder aber machen wir mal ein Low Orbit erst oder doch 300.000 ist okay wenn nicht können wir ja die Station noch bewegen irgendwann das war natürlich so ein Referenzwert das Teil hier beschleunigt schön Sprit haben wir auch noch genug schätze ich wäre jetzt natürlich mit Flight Engineer ziemlich gut aber das haben die anderen nicht installiert oh Licht Licht ja Licht sieht geil aus wir brauchen noch rotes Licht und dann frage ich mal Laguna was für eine Farbe er hat ich habe rot Live2Play hat grün genau grün hatte er und Laguna hat dann irgendwas anderes keine Ahnung dann hat jeder so sein Sektor wo er andocken kann das wäre jetzt das Ziel wir packen das bitte auf ja ja egal 300 Kilometer habe ich gesagt dann oh Gott wir sind noch viel zu viel in der Atmosphäre dann packen wir es mal so auf 310 und dann spuren wir mal vor denn wie ihr seht sieht man sich sehr sehr schnell es wäre auch eine tolle Möglichkeit sich zu bewegen hier in so einem Kern drin die Dockingboards sind einfach so riesig man sie waren endlich über 70 drüber die Tiefe sind 233 ist das Ding gefallen ok ja auf ich will jetzt oh jetzt habe ich den Ton ausgestellt oder was da na egal wir starten ja jetzt nicht mehr viel in dieser Folge ich weiß nicht wie viel das hochgestanden war except resume ja das passt nicht dass ich dann wieder so ein Gamer Teil kriege für so eine Drecksmusik von KSP oh also das Ding bewegt sich doch ziemlich gut dank den Reaction Wheels da drin in dem SIS oh Gott es wobbelt das wobblige Monster das ist immer toll wenn sowas wobbelt ich war ja für Kerbal Attachment System damit man noch solche Bäm 318 zu 301 ist doch okay das machen wir erstmal einen Quick Save denn wir drehen uns hier jetzt einmal außen rum oh ja wie ihr seht hier dieses blau schimmernde jetzt wenn man so dran guckt das ist Planet Shine das ist ein sehr toller Mod okay dann würde ich mal sagen die Kappeln wird das Teil da wir kein ACS haben habe ich irgendwie die Angst dass kein Problem wir können ja hier rüber switchen dann können wir zumindest mal nicht mehr ja doch wir löschen jetzt einfach dieses Debris egal wie es ist ähm recovern können wir es ja nicht deswegen löschen wir es kurz und dann sage ich mal goodbye bis zur nächsten Folge wo ist mein Debris äh Debris so äh ja das war jetzt blöd Space Dog One Debris hoffe ich habe ich jetzt ausgewählt genau Terminate so so dann fliegen wir das und machen noch kurz eine Station raus und dann würde ich mal sagen haut rein leist euch nicht abschrecken das Video zu kommentieren und zu bewerten und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal hier in Let's Exchange Kerbal Space Program ich bin Spirit und bedanke mich dafür dass ihr hier dabei wart Adios Leute Adios Leute ich bin hier in die Untertitelung des ZDF, 2020